Willkommen im Atelier in der ehemaligen Ziegelei Oberwien. Also für mich ist Zeichnen wahnsinnig wichtig und ich mache das so wahnsinnig gerne und Zeichnen heisst für mich beobachten, genau schauen, wie läuft das. Und ich finde auch, Zeichnen heisst, dass man etwas verstehen kann. Und ich mache das Bleistift, Kohle, ja. Also ich bin Schottin und natürlich gehe ich sehr häufig nach Schottland und laufe am Strand entlang und das ist für mich eine Inspiration, die mich begleitet hat über sehr lange Zeit. Das ist Alge. Tatsächlich ist das Alge Schottland. Aber die Formen sind so wunderschön und inspirieren. Der Name der Ausstellung heisst Randgebiet. Randgebiet, das zwischen Land und Wasser, vielleicht der Saum von einem Tanzkleid. Für die Ausstellung hier im Spital, habe ich auch eine grössere Linwand gemacht, Acrylfarbe auf Linwand. Jetzt könnte es,